Es dauert nicht mehr lange und wir werden gemeinsam zum Kitesurfen auf die Kapverden fliegen. Mit dabei werden diverse Kitebrands dabei sein. Ihr kennt vielleicht einige davon. Linus Erdmann, mehrfacher deutscher Meister im Kitesurfen, wird für die Marke Core vor Ort sein. Euch alle Fragen zum Material beantworten. Philipp Mohr von Elevate wird ebenfalls dabei sein und Tom von Flysurfer. Ihr habt auf den Kapverden genug Zeit und richtig guten Wind wahrscheinlich, um eine richtig geile Kitesession zu haben. Wir werden gemeinsam mit Pickups täglich zu einem Kitespot hinfahren. Und wer Bock hat, bekommt von unserem Partner GoPro eine GoPro in die Hand und ich werde dir zeigen, wie man filmt. Bis zum nächsten Mal.